Berlin ist der Sehnsuchtsort der Jugend der Welt. Das bedeutet aber auch, dass viele nach Berlin kommen, um zu studieren. Gerade bei Studierenden gibt es eine hohe Nachfrage an relativ preiswerten Wohnraum. Berlin-Novo will bis 2024 6000 Apartments für Studierende schaffen. Um solche großen Projekte zu realisieren, gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist selber bauen und das zweite ist, mit einem Projektentwickler zusammenzuarbeiten und eine Entwicklung von ihm zu erwerben. Dieser Weg wird hier gegangen und das ist auch gut so. Die Wurzeln der BPD liegen in der kommunalen Vergangenheit. Wir sind gegründet worden als kommunale Gesellschaft, um als Partner für Städte und Kommunen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Und dass das jetzt noch geglückt ist mit einem kommunalen Unternehmen dieser Stadt, die das auch als politischen Auftrag hat, ist doppelt schön. Modulbauweise ist für die BPD an diesem Standort die perfekte Antwort auf die Aufgabe, die wir uns gestellt haben. Wir werden in kurzer Zeit Module, Wohnungen bezugsfertig am Standort errichten, die für Studierende bezahlbar sind. Und das ist unsere Aufgabe und der kommen wir gerne nach. Die Modulbauweise verbindet Qualität mit Geschwindigkeit. In der Ostenstraße können wir hier diese Baustelle mit 453 Apartments sehr geräuschlos, auch in der Hochbauphase, in sehr, sehr kurzer Zeit realisieren. Die Gesamtbauzeit von Beginn der Erdarbeiten bis Übergabe wird etwa zwölf Monate betragen. Das haben wir mit Berlinowo bereits in mehreren Projekten erfolgreich umgesetzt. Mit dieser Bauweise ist es möglich, dass in der Ostenstraße die Vermietung einen Semester früher beginnen kann. Ein erheblicher Vorteil für den Investor. Die HTW Berlin wächst hier an der Spree und unsere Studierenden brauchen Wohnraum. Natürlich am besten bezahlbaren Wohnraum. Wir sind froh, wenn es Partner wie Berlinowo gibt, die das ermöglichen. Das Projektgrundstück Ostendstraße zeichnet sich aus durch die unmittelbare Nähe zum Campus Wilhelminenhof der Hochschule für Technik und Wirtschaft. Darüber hinaus entspricht die gebotene Gebäude- und Apartmentqualität dem angestrebten Ziel, für Studierende und junge Fach- und Führungskräfte ein Angebot im unteren Mietpreissegment zu schaffen. Mit dem Erwerb dieser Projektentwicklung ist die Berlinowo in der Lage, perspektivisch insgesamt rund um das Umfeld der HTW 1200 Wohnplätze zu betreuen. Ich wünsche allen Beteiligten viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal.